Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 114 Nummer 114 Amelie sitzt auf der Stoßstange ihres Autos und schaut auf das Gewächshaus. Amelie sitzt auf der Stoßstange ihres Autos und schaut auf das Gewächshaus. Amelie sitzt auf der Stoßstange ihres Autos und schaut auf das Gewächshaus. Was gießt du in den Orangensaft? Es sieht blau aus. Was gießt du in den Orangensaft? Es sieht blau aus. Was gießt du in den Orangensaft? Es sieht blau aus. Ich habe noch Blaubeeren vom letzten Sommer in meinem Gefrierschrank. Ich habe noch Blaubeeren vom letzten Sommer in meinem Gefrierschrank. Ich habe noch Blaubeeren vom letzten Sommer in meinem Gefrierschrank. Ich sitze hier seit Stunden. Gleich ist der Akku leer. Ich sitze hier seit Stunden. Gleich ist der Akku leer. Ich sitze hier seit Stunden. Gleich ist der Akku leer. Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen. Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen. Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen. Das Fundament des Aussichtsturms erscheint mir nicht sicher. Das Fundament des Aussichtsturms erscheint mir nicht sicher. Das Fundament des Aussichtsturms erscheint mir nicht sicher. Die beiden Tauben sind tägliche Gäste an unserer Wasserstelle im Garten. Die beiden Tauben sind tägliche Gäste an unserer Wasserstelle im Garten. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Ja, ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Ja, ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. An diesen Geräten kann ich mich sportlich betätigen. An diesen Geräten kann ich mich sportlich betätigen. An diesen Geräten kann ich mich sportlich betätigen. Ich kann mich sportlich betätigen. Anna hat geantwortet. Sie bringt ihren neuen Freund mit zu uns nach Hause. An dieser Schule lernen Kinder schon früh, wie Maschinen funktionieren. An dieser Schule lernen Kinder schon früh, wie Maschinen funktionieren. An dieser Schule lernen Kinder schon früh, wie Maschinen funktionieren. An dieser Schule lernen Kinder schon früh, wie Maschinen funktionieren. Lisa und ich sind frühmorgens zusammen am Strand. Wir verstehen uns gut. Lisa und ich sind frühmorgens zusammen am Strand. Wir verstehen uns gut. Ich will nicht immer mit dir streiten. Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Ich will nicht immer mit dir streiten. Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Ich will nicht immer mit dir streiten. Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Ich will nicht immer mit dir streiten. Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Erdbeerlimonade mit Eis ist bei diesem warmen Wetter das perfekte Getränk für mich. Erdbeerlimonade mit Eis ist bei diesem warmen Wetter das perfekte Getränk für mich. Ich wasche meine Hände im Badezimmer unter fließend warmem Wasser. Ich wasche meine Hände im Badezimmer unter fließend warmem Wasser. Ich wasche meine Hände im Badezimmer unter fließend warmem Wasser. Der Wagen hat sich beim Autorennen überschlagen. Der Wagen hat sich beim Autorennen überschlagen. Das Erdhörnchen sitzt auf einem Baumstamm. Es genießt die Sonne. Das Erdhörnchen sitzt auf einem Baumstamm. Es genießt die Sonne. Das Erdhörnchen sitzt auf einem Baumstamm. Es genießt die Sonne. Das ist ein Militärflugzeug aus Australien. Dies ist ein Militärflugzeug aus Australien. Kann mir jemand erklären, was das ist? Kann mir jemand erklären, was das ist? Kann mir jemand erklären, was das ist? Der Film ist sehr spannend. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Der Film ist sehr spannend. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Der Film ist sehr spannend. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Film duze zahoplüütschei. Ja ne hoczu, ščob mene zaraz turbowale. Ich gebe der Ziege Futter. Sie scheint es zu mögen. Ich gebe der Ziege Futter. Sie scheint es zu mögen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Es scheint, dass die Straße bis zum Horizont reicht. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Es scheint, dass die Straße bis zum Horizont reicht. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Es scheint, dass die Straße bis zum Horizont reicht. Wir versuchen Steine übereinander zu stapeln. Der Turm darf nicht umkippen. Wir versuchen Steine übereinander zu stapeln. Der Turm darf nicht umkippen. Wir versuchen Steine übereinander zu stapeln. Der Turm darf nicht umkippen. Gestern habe ich endlich meinen Führerschein bekommen. Vchora ja nachreshti otrimav wodійсьkie prawa. Hier sind überall große Lavendelfelder. Ich habe etwas Lavendel gepflückt. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. Na kožnomu pläži je vyske retuvallniki. Von hier aus sehe ich alles viel besser. Von hier aus sehe ich alles viel besser. Ja bacchou все na bagato kreisches Witsi. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Tepar kilka повторiów z poporadnich Episodów. Der Teddy Bear sieht traurig aus, obwohl er einen lustigen Hut trägt. Der Teddy Bear sieht traurig aus, obwohl er einen lustigen Hut trägt. Das Auto hat eine Panne, deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Das Auto hat eine Panne, deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Das Auto hat eine Panne, deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Maschina lamajetse, tomu ja vyklau trikutnik poperedžinje. Ich versuche, einen Kuchen zu backen. Hoffentlich gelingt es mir. Ja probu ju späckti tort. Ja spodiewaju se, що зможу. Die Kirschen sind lecker. Hast du mehr davon? Die Kirschen sind lecker. Hast du mehr davon? Was nie smaczne? U was je більše zuho? Ich bitte darum, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Ich bitte darum, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Ich bitte darum, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Proszu, щоб mi čolowik schwyče udūžav. Mein Opa wohnt am Meer. Ich habe ihn letzte Woche besucht. Mein Opa wohnt am Meer. Ich habe ihn letzte Woche besucht. Die Registrierung war erfolgreich. Die Fahrt kann beginnen. Die Registrierung war erfolgreich. Die Fahrt kann beginnen. Die Registrierung war erfolgreich. Die Fahrt kann beginnen. Registrierung war erfolgreich. Das ist успішно. Podorож можна почати. Im Internet kann man lustige Dinge entdecken. Anna und Fred lachen über ein Video. Immer mehr Männer kommen zur Gesichtspflege zu mir. 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 Ich sollte nicht zu viel Benzin tanken. Ich habe nicht genug Geld für einen vollen Tank. Ich sollte nicht zu viel Benzin tanken. Ich habe nicht genug Geld für einen vollen Tank. Ich sollte nicht zu viel Benzin tanken. Ich habe nicht genug Geld für einen vollen Tank. Ich muss nicht zu viel Benzin salivieren. Ich muss nicht viel Benzin salivieren. Ich habe nicht genug Geld für einen vollen Tank. Die Ameisen überqueren das Wasser. Die Ameisen überqueren das Wasser. Die Ameisen überqueren das Wasser. Der Elektriker arbeitet an den Telefonleitungen. Die Internetverbindung soll besser werden. Der Elektriker arbeitet an den Telefonleitungen. Die Internetverbindung soll besser werden. Ich teste eine Formel zur Verbesserung des Pflanzenwachstums. 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 Mein Gartencenter hat geöffnet. Ich begrüße die Kunden. Mein Gartencenter hat geöffnet. Ich begrüße die Kunden. Mein Gartencenter hat geöffnet. Ich begrüße die Kunden. Auch in anderen Räumen hängen meine bemalten Teller an den Wänden. Auch in anderen Räumen hängen meine bemalten Teller an den Wänden. Auch in anderen Räumen hängen meine bemalten Teller an den Wänden. Wie oft am Tag putzt du dir deine Zähne? Wie oft am Tag putzt du dir deine Zähne? Hast du die Melodie selbst komponiert? Spiele sie mir noch einmal vor. Hast du die Melodie selbst komponiert? Spiele sie mir noch einmal vor. Warum bist du immer noch nicht hier? Du hast es doch versprochen. Warum bist du immer noch nicht hier? Du hast es doch versprochen. Darf ich dir meinen Bruder vorstellen? Er ist ein Jahr jünger als ich. Darf ich dir meinen Bruder vorstellen? Er ist ein Jahr jünger als ich. Darf ich dir meinen Bruder vorstellen? Er ist ein Jahr jünger als ich. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Die Tomaten sind aus unserem neuen Gewächshaus im Garten. Die Tomaten sind aus unserem neuen Gewächshaus im Garten. Die Tomaten sind aus unserem neuen Gewächshaus im Garten. Die Tomaten sind aus unserem neuen Gewächshaus im Garten. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Ich habe Schmerzen. Ich brauche dringend eine Massage. Ich habe Schmerzen. Ich brauche dringend eine Massage. Oh meine Bill, meine Terminovo potrieben Massage. Kennst du schon mein neues Lied? Morgen habe ich meinen ersten Auftritt vor Publikum. Kennst du schon mein neues Lied? Morgen habe ich meinen ersten Auftritt vor Publikum. Ihr kennt mein neues Lied. Morgen habe ich meinen ersten Auftritt vor Publikum. Der Dachdekker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Der Dachdekker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Pokriwelnik pokriwae Dach novoju čeripiceju. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichten können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft!